Eine Tonleiter ist eine Folge von Tönen, die nach Tonhöhen sortiert sind. Eine Dur-Tonleiter besteht nur aus Sekunden. Falls ihr euch noch an das Intervallvideo erinnert, wisst ihr bestimmt noch, dass eine Sekunde der Schritt von einem Stammton zum nächsten ist. Also von einer Linie zum nächsten Zwischenraum, beziehungsweise von einem Zwischenraum zur nächsten Linie. Außerdem erinnert ihr euch sicher, dass es kleine und große Sekunden gibt. Übermäßige und Verminderte kommen in der Dur-Tonleiter nicht vor. Wenn wir nun die C-Dur-Tonleiter, also die, die auf dem C beginnt, genauer betrachten und eine Feinbestimmung der Sekundschritte machen, stellen wir fest, dass sie hauptsächlich aus großen Sekunden, also Ganz-Tonschritten, besteht. Nur beim Schritt von der dritten auf die vierte Stufe und beim Schritt von der siebten auf die achte Stufe gibt es eine kleine Sekunde, also einen Halbtonschritt. Dies gilt für alle Dur-Tonleitern. Die C-Dur-Tonleiter ist die einzige Dur-Tonleiter, die ohne Vorzeichen auskommt. Wenn wir nämlich die F-Dur-Tonleiter betrachten, stellen wir fest, dass die Halbtonschritte ohne Vorzeichen nicht richtig sind. Vom siebten zum achten Ton ist zwar ein richtiger Halbtonschritt, aber der vom dritten zum vierten Ton ist verschoben. Wir müssen diese schwarze Taste nutzen, um die Halbtonschritte an der richtigen Stelle zu haben. Nun gibt es zwei Möglichkeiten, diese Taste zu notieren. Wir können sie als A-I schreiben, dann müssen wir ein Kreuz vor ein A setzen. Oder wir schreiben sie als B, dann muss ein B vor ein H. Das heißt, Bs machen den Stammton einen Halbton tiefer, kreuze einen Halbton höher. Bei Dur-Tonleitern gibt es nur eine richtige Lösung. Wenn wir diesen Ton nämlich als A-I schreiben, fehlt der Leiter sozusagen eine Sprosse. Nochmal, Dur-Tonleitern bestehen nur aus Sekunden. Hier würde es dann eine Prime und eine Terz geben. Also müssen wir das H einen Halbton tiefer machen, indem wir ein B davor schreiben. Nun versuchen wir dasselbe mit der A-Dur-Tonleiter. Wir stellen fest, dass ohne Vorzeichen mehrere Halbtonschritte an der falschen Stelle sind. Hier ist ein Halbtonschritt vom zweiten zum dritten Ton. Um diesen jetzt so zu verschieben, dass er zwischen dem dritten und vierten Ton ist, brauchen wir also wieder ein Vorzeichen. Um die Leiterform beizubehalten, müssen wir also das C erhöhen und es zum Cis machen, indem wir ein Kreuz davor schreiben. Außerdem ist ein Halbtonschritt zwischen dem fünften und sechsten Ton. Auch der gehört da nicht hin. Hier muss das F erhöht werden, um es zum Fis zu machen. Jetzt ist zwar der Ganztonschritt von der fünften auf die sechste Stufe richtig, allerdings gibt es dann auch einen Halbtonschritt von der sechsten auf die siebte Stufe. Das G muss also auch noch erhöht werden. Das können wir jetzt auf jede Dur-Tonleiter übertragen, indem wir auf einem Ton anfangen, die Halbtonschritte suchen, die sich ohne Vorzeichen ergeben und diese dann korrigieren, sodass hinterher immer Halbtonschritte vom dritten zum vierten Ton und vom siebten zum achten Ton sind. Also, was muss man sich merken? Dur-Tonleitern haben die Halbtonschritte immer vom dritten auf den vierten und vom siebten auf den achten Ton. Und, die Leiter besteht nur aus Sekunden, andernfalls fehlt ihr sozusagen eine Sprosse. Es gibt auch noch einen schnelleren Trick, um zu sehen, welche Tonart wie viele Vorzeichen hat, nämlich den Quintenzirkel. Den besprechen wir in einem späteren Video. Davor gibt es erst eins zu Molltonleitern. Falls euch das jetzt alles zu schnell ging, schaut euch einfach nochmal das Video zum Thema Tonnamen auf dem Klavier und zum Thema Intervalle an. Die Links gibt es in der Infobox und in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.